. Klar sind wir der Favorit, aber was halt auch ein Thema ist, dass, denke ich, es der Verein schon über sehr viele Jahre eben versucht hat, in die dritte Liga aufzusteigen. Irgendjemand da oben möchte uns nicht in der dritten Liga sehen. Ich krieg die Krise mal an! Es gibt Momente, wo man genau das denkt, dass es verflucht ist. Deswegen kann ich das mit Worten nicht beschreiben, dass wir einen Aufstieg in die dritte Liga bedeuten. Wir sind aggressiv! Wir hauen noch zwischen! Wir gehen jetzt raus, dann hauen wir die weg! Der Druck Woche für Woche ist für die Quotar. Er ist ein ganz beschissener Fußball ohne Selbstvertrauen. Er leckt mich am Arsch los! Er ist ein ganzes Bedeut. Der Druck ist etwas zu spät. Der Druck ist eine Krise. Er ist ein ganzes Bedeutung! Er kann ich mich nicht in der Welt machen,